ARD Text im Auftrag von Funk Hallo und willkommen zurück! Kannst du nicht mit der Hand die Leute rummachen? Nein, nehmen wir schluss mal am Schalter. Kannst du mal am Schalter? Wir spielen doch mal, oder? Ja, wir spielen. Also, wir sind... Wir sind mal gerne rubsuchen, ja. Ja, okay. Dann schreibt kein Tool vom Spiel. Hallo, ja. Das passt, ja. So, dann weißt du mehr mal, wie es da tut. Guck die Reklamen vom Dr. Dave. Nein, guck der Floreplan. Floreplan. Ich muss nur gucken, was zu fehl sind, um meine Stelle. Nein, man erinnert, du direkt packst und... Ja. Ich bin mit. Was? Oh, da haben wir einen Stück gewissen, oder? Wir sehen ja, warum wir schlecht sind. Ich weiß doch. Ja. Ja. Ich weiß doch, wir sind nur ein Typ... Ich weiß, nein. Ich weiß nicht, ich hab nicht gesehen, wie wir uns informiert. Ist das ein neues Spiel für Sony? Wenn man eine Konsole sieht, dann nimmt man den Kontrollen und dann merkt man, das ist einfach eine Erweiterung. Und wenn man das bei den Medien noch nicht so gut bekommt. Ich finde, man hat selber diese Gehehrlose-Teuer sehen. Man könnte auch nehmen einen Pro-Konsol anscheinend. Das ist ja nicht ein Gültiger. Ja, du wirst nehmen einen Pro-Konsol wahrscheinlich. Und du kannst auch keinen No-Kar finden. Du spielst mit einem normalen Wii U. Also du spielst mit einem Wii U. Man kann nicht immer einen normalen Spiel spielen. Und du kannst auch sagen, du hast schon ein paar Scotland Yard gespielt. Das bei einem Spiel. Ja, das am Forum. Weil du verratenst, dass du den einen Einzel-Spiel im Januar. Du hast am Anfang einen den Pituit hat bei diesem Forum Asymmetrisch-Spiel genannt. Du hast am Anfang einen den auch nicht gespielt wie die anderen. Du hast zum Beispiel einen zusätzlichen Bildschirm. Das ist mega lieb. Nein, nein, nein. Da gibt es auch wirklich coole Multiplayer-Ideen. Du kannst eben den unsichtbar bei einer Karte zum Beispiel rundherum leben. Und jeder weiß nicht wo. Und da kannst du keinen Bummel legen oder was wie sich. Und jeder muss da probieren, dich zu finden. Du kannst viel darüber nachdenken. Du musst eben nur darüber nachdenken. Ob das noch eine Konsole selber noch etwas Gutes gibt, weiß ich nicht. Du kannst es nicht mehr so machen. Du kannst den neuen Spiel auch geworfen. Ich hab' das Spiel auch geworfen. Der Weg knappe geht nicht so schnell. Doch... Nee, komm, ich gebe ja nichts mehr. Aber ja, das war ein ziemlich cooler Spieler, damit wir bestätigt haben. Zum Beispiel Pikmin 3, ob der Hydra 3 geht, oder? Dann, äh... Ja, das ist halt... Ich wollte mich richtig mal gucken, oder wie du... den... Legends. Genau. Weil du auch natürlich wie du, man. Weil du... Figuren draufsetzen. Ja, ja, ja. Du willst mich richtig mal genau, kurz gucken und... Ich weiß nicht genau, was ich von dem Feature soll haben, also du kannst nur Figuren draufsetzen und die Level da verweichhalten. Ich weiß nicht, du auch schenkt mal bist du so... Gimmicky, so... Kafffiguren, du kriegst keine Level. Ja, aber... Du sagst nachher, dass du es oft fehltst. Ja, aber das war schon gerade eine Konzentration. Aber, ähm... Du sagst nach dem Trailer, ich weiß nicht, wie ich sie besorben will, und ich weiß nicht, weil die Figur von Azo, das zum Beispiel, die Figur von... Kollaboration ist nicht geschehen. Ja, ich ist froh mich eben, ob das an dem Trailer, ob da dann für einen Witz von ihnen war, dass sie gesagt, oh, du kannst doch dann Azo daran... Weil du sagst nach dem Gameplay, das war so, oder ob dann für einen Tees, das war so, ja, der könnte das auch machen. Ja, ich... Ich persönlich, gibt's ja... wie viel davon, wo ein Charakter, in dem verfügbar wäre, aber du denkst, sie muss draufsetzen, weil, äh... Ich mag mir nicht, dass die Charakter in Steuern kommt, ich mag mir nicht, dass ich da das, äh... Neulovele kriege, an dem wir der Thematik übersehen. Ich hab das nicht, da fragst du mich. Der Urlaub ist so, äh... Ja, der Urlaub ist so, äh... Ja, das wäre natürlich... wäre noch mehr Potenzial da, wenn es, äh... war sie drin, so irgendwie, wie immer. Das hat mich... Keine Ahnung, ja. Mir ergibt sich auch schon, viele coole Ideen. Zum Beispiel hatten sie, ich weiß noch... Zum Beispiel hatten sie, ähm... oder, äh, ob an den News sich, muss er nur Wii U sich, und er werde halt vorne. Aber, äh... Ja, das tut auch wirklich cool aus. In Sprengung, für Multiplayer geht's ich wirklich viel, ob du nur an Einzelplayer wirklich sinnvoll hast, das ist ja gar noch froh. Aber jetzt Sprengung, oder? Ja, ja. Weil, kein... Ich fährt nämlich, dass Tanur, wo rausläuft, dass, äh, die zweite Bildschirm, von dem du genutzt wird, für... Menüleiste. Fährst du, auf dem Touchscreen direkt so am Platz. Quasi wie... Knappschirn. Ja, voilà. Ich fand cool, dass... Seiler zum Beispiel, all die Waffen, anstatt, äh, so Kreese, nein, eigentlich was zu machen, könnte Kreese, ja, da könnte Kreese mit all die Waffen, oder, äh, oder, äh, oder, äh, oder, äh, oder, äh... soweit ich einfach bei der Wii ist, schlussendlich, die, die Steuerung, die, die Bewegungssteuerung, nur benutzt die Kerne, für, ein Diop zu machen, oder so, wie ist das nicht wirklich sinnvoll, benutzt die Wii Sports. Ja, ja. Ja, das ist ein Potenzial für das, tatsächlich, sehr ernst zu setzen, wie so ist. Ich fand cool auch, dass Don, und, Wattfall dann. Boah, ich kann nicht spielen. Ich weiß nicht, aber ich hab mir vermutet, und wen es weiß. schnell, ich weiß nicht, wie ist denn, und ich hab mir vermutet, wie ist das, 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 Dass du mal vorbeischaust. Nach ein wenig Überzeugungsarbeit war Rupert ziemlich gesprächig. Er hat mir von seinem Treffen mit Popes Mörder erzählt. Und jetzt willst du mir danken, richtig? Aber als ich da ankam, rate mal, wer auf mich wartete. Keine Ahnung, Faithy. Ich hol mir da nur meine Brezel. Die Jahreshauptversammlung der Cops. Du weißt nicht zufällig etwas darüber, oder? Nein, Faithy. Ich war es nicht. Außerdem, wenn ich dich loswerden wollte, hätte ich das dann nicht einfach selbst erledigt? Hast recht. Einer wie du kann sowas nicht organisieren. Jetzt sei doch nicht so. Rupert ist erledigt. Ich bin beeindruckt. Ich war es nicht. Du musst vorsichtig sein, mit wem du rumhängst. Das habe ich schon vor langer Zeit gelernt. Und doch sind wir wieder hier. Aber ich fürchte, ich muss unser kleines Date leider beenden, Faithy. Man verlangt nach mir. Du weißt, wie das ist. Versuch, am Leben zu bleiben. Merk? Merk, ich weiß genau, dass du zugehört hast. Was gibt's? Kannst du mal recherchieren? Pirandello Kruger Security. Bin dran. Wieso fragst du? Ich habe ihren Namen gesehen. In Rupert's Büro. Und noch irgendwo. Ein spezielles Logo. Hast du was? Nur was man erwarten würde. Alarmanlagen, Zäune, gepanzerte Wagen, private Sicherheit. Sie beschützen unsere Welt, ganz klar. Wo finde ich sie? Sie haben mehrere Büros in der Stadt, haben gerade ein neues Gebäude am Hafen bezogen. Gib mir die Koordinaten. Ich sehe mir das mal an. Und wer ist denn? Vielen Dank. Für mich. Ich würde es nicht offen nah. mehr das war so gut und vor allem noch können wir wollen nur kredite machen dann noch mal schluss für die sache und muss als hast du einen look in ihr acht oder zahlen wohnen können wir auch haben ja das ist ein kopf gemacht dann das macht sich durchschalten meistern wie du bist du mal um schon im forum geht wirklich für die community nicht mehr richtig nicht mehr richtig Radio Arago erwähnt das ist auch schön kommentiert, Video, Like alles da könnt ihr und subscribe ja genau subscribe ja dann verabschiede mal für das Sashen und dann zum nächsten Mal bis dann tschau tschau bis dann